Wir lieben Holz und wir lieben das, was wir daraus machen. Hochwertige Holzwerkstoffe, roh und veredelt, Hochdruckschichtstoffe und HPL-Elemente. Unsere Kunden finden kreative Lösungen für alle Lebensbereiche. Sie konstruieren Häuser in Holzbauweise, kreieren Lebensräume oder fertigen Möbel. Dabei bauen sie nicht allein auf unsere Werkstoffe, sie verlassen sich auch auf unseren Service. Beispielsweise ein hervorragendes Supply Chain Management mit durchdachten Prozessen für eine reibungslose Wertschöpfungskette. Vom Wareneingang über die Planung, die Produktion und Lagerung bis hin zur Qualitätssicherung und zum Versand. Alle unsere Prozesse sind über ein IT-System miteinander verbunden. Auch was das Energiemanagement betrifft, nimmt Fleidera eine Vorreiterrolle ein. Nicht umsonst sind alle unsere deutschen Werke nach der Norm DIN EN ISO 50001 für Energiemanagementsysteme zertifiziert. An drei Standorten betreiben wir außerdem Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, sogenannte KWKs. Mit ihnen können wir so viel Energie erzeugen, wie wir benötigen. Indem wir laufend unseren Bedarf erfassen und unsere Energieeffizienz bewerten, senken wir nicht nur Kosten, wir verringern unsere Emissionen und wir schonen Ressourcen. Wir sind zudem in der Lage, Altholz zu recyceln. Wir nehmen es an und führen stofflich verwertbares Material der Produktion zu. Recyclingholz, das nicht mehr stofflich verwertet werden kann, nutzen wir, um daraus CO2-neutral Energie zu gewinnen. Nicht minder hohe Ansprüche stellen wir an unsere Lieferanten. Von ihnen verlangen wir größtmögliche Nachhaltigkeit und Qualität. Im Rahmen der Zertifizierungen des Umweltmanagementsystems nach DIN EN ISO 14001, des Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001 und nach der Entsorgungsfachbetriebeverordnung. Der Konkurrenz voraus fahren wir auch in der Logistik. Die Jura-Spedition ist eine hundertprozentige Pfleiderer-Tochter und unsere Expertin für alle ein- und ausgehenden Transporte. Das sind rund 500 pro Tag oder 110.000 pro Jahr. Dabei setzen wir, der Umwelt zuliebe, auf die neueste Technik. Unsere mehr als 50 Zugmaschinen entsprechen dem Euro 6-Standard. Das heißt, sie fahren mit weniger Kraftstoff und weniger Emissionen. Was wir dank ressourcenschonender Technologien sparen, investieren wir in unsere Kunden. Ihnen bieten wir beispielsweise umfangreiche Servicepakete. Wir unterstützen sie in der Verkaufsförderung, mit unserem Musterservice oder mit Marketingmaßnahmen für ihren Point-of-Sale. Für Mitarbeiter aus Großhandel, Industrie und Handwerk bieten wir auch maßgeschneiderte Weiterbildung an. Unsere Pfleiderer-Akademie führt mehrmals im Jahr Seminare rund um Holzwerkstoffe durch. Außerdem Praxisseminare zu speziellen Themen wie Brandschutz oder konstruktiven Werkstoffen. Den direkten Kontakt zum Handwerk pflegen wir auch mit Pfleiderer Plus. So kommen unsere Kunden nicht nur schneller an Informationen zu unseren Produkten, wir beziehen sie auch aktiv ein und bieten ihnen ein umfangreiches Prämien- und Servicepaket. Denn gute Beziehungen sind unbezahlbar. Das wissen auch unsere Kunden, die P-Connect nutzen. Ein Lösungsnetzwerk, das Gestalter und Verarbeiter zusammenbringt. Kreativität und Kompetenz rund um hochwertige Holzwerkstoffe. Für Menschen, die Holz lieben und die lieben, was wir daraus machen.